Ja, zieh dich aus. Hast du Erfahrungen mit solchen Videos? Wo ich mich ausziehe? Ich hab gedacht, die Magic... Ja, das ist doch cool, Alter. Halt dir halt das vor den Mund. Pflichtbewusste Rückkehr. Raucht, Alter. Achso, ich dachte eher für den Mund. Hä, für den Mund? Ja, halt. Was? Scheiße, Alter. So dachte ich... So nein, bei den Oberlippenbart ist das echt richtig. Achso, Alter. Ach du Scheiße, warte, warte, lass dich das erst ordentlich davor halten, ey. So. So. Perfekt, Alter. Siehst aus wie Mario. Dreh mal das Display. Das ist echt gut geworden. Er hat halt... Es ist halt etwas großflächiger. Das geht auch, was ich mach grad. Du musst es halt auch mal ein bisschen abkratzen. Lass es jetzt mal ab, wenn es auch frisch ist, oder? Scheiße. Was ist das? Was? Also, ist das... Is das mal leider... Vielen Dank.